Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dyson 4, Dyson 4 und Dyson 5 und Dyson 6, Dyson Sphere Program. Jo, beim letzten Mal einiges geschafft, nämlich Deuterion, quasi Energie, also mit den Mini Fusions. Ich mach mich klein, wenn wir grad von Mini reden und hier stehen wir auch schon, richtig schön, ja, die Dinger laufen. Jetzt aber nicht ausruhen, Freunde, jetzt haben wir so ein paar Sachen zu tun. Aktuell machen wir ja nochmal diese ganze Solarcell-Sache. Also, folgende Sachen sind geplant. Natürlich will ich euch auch natürlich, ich mein, das Spiel heißt Dyson 4 Program. Irgendwann wollen wir mal eine Dyson 4 bauen. Auf der anderen Seite würde ich gerne auch die Mall fertig machen. Übrigens, was wir jetzt hier haben, ist 600 Sekunden mehr Solar Sail Life. Was bedeutet das? Wenn du so ein Solarsegel in die Umlaufbahn schießt, dann bleibt das da nicht ewig. Das geht irgendwann kaputt. Und die Zeit, die es dauert, bis es kaputt geht, die erhöht man mit dieser Research. Und deswegen sagen auch viele Menschen, Solarsegel lohnen sich nicht, weil die ja irgendwann kaputt gehen. Und damit sind die Ressourcen quasi weg. Die Solarsegel, die du in eine Dyson 4, also in Level 2 schießt, die bleiben da und verschwinden nicht. Deswegen ist eine Dyson 4 da schneller oder besser. Aber nichtsdestotrotz, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen und wann vor allem. Und ich würde hier gerne auch nochmal ein bisschen aufräumen. Hier diese ganze gelbe Geschichte ist alles nicht so das Wahre. Ich gucke mal. Hier sind zum Beispiel unsere... Was haben wir denn hier für ein... Oh, guck dir mal an. Mit Blau kommen wir nicht hinterher. Wer hätte das gedacht? Dann machen wir nochmal ein kleines Upgrade-Reno. Jetzt sieht die Sache doch mal anders aus. Upgrade-Reno machen wir hier mal. Jetzt geht das so ein bisschen schneller. So und jetzt haben wir hier dieses Efficiency-Upgrade. Das bedeutet, die hatte ich ja schon erzählt beim letzten Mal, dass wir quasi die Energie, die wir aus der Dyson 4 bekommen, die kriegen wir nicht zu 100%. Und wir erhöhen diesen Prozentsatz da drüber. Und übrigens jetzt geht es hier richtig ab. Sehr schön. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was fehlt uns in der Mall noch. Ja, die gibt es nämlich auch noch, liebe Leute. Und hier, da fehlt uns Deep Frame Material. Und Partikel Broadband. Und da oben Plainfilter. Was wir auch immer mit diesen Plainfiltern machen. Wo kommen die denn hin? Graphene. Müssen wir mal gucken. Anyway, eventuell... Ich will mal gucken, wie viel wir von diesen Deuterion-Sachen... Weil wichtig ist, dass wir die gute Deuterion-Produktion... Produktion, dass die halt läuft. Und dass wir denn hier so ein bisschen mal aufräumen können. Wir brauchen auch vieles nicht. Ach, guck mal, ne? Jetzt haben wir hier... Ein Problem mit Stahl, ne? Hm. Titanium-Aloy ist sehr wichtig. Die Dinger laufen auch nicht. Oh ja, auf jeden Fall besser als sonst. Wir nehmen das hier mal ganz kurz weg. Und machen ein kleines Blueprint-Darino. Oder ne? Ich kann ja einfach... Hier mal so ein bisschen... Achso. Ja, ja, okay. Der macht da. Oh, das passt. Ah, okay. Hm. Versuchen einfach hier nochmal so zu machen. Und von denen sozusagen hier... Too close. Ach, man muss mal so... Ne, ist auch scheiße. Ja, viel closer kann ich das gar nicht machen. Nehmen das hier alles mal kurz weg. So, machen wir das hier mal kurz so. Oha, okay. Unser Dings ist offensichtlich voll. Können wir mal einen kleinen Container machen, wo wir ein bisschen Stahl reinpacken. Damit das hier auf jeden Fall mal weitergeht. Nope. Uh. Das war's nicht. Das war's... Oh Gott. Ich baue hier gerade richtig scheiße, Freunde. Ich baue hier gerade richtig scheiße. So. Das ist richtig. So, aber Stahl war das hier. Deswegen kommt hier nochmal hier die Storage hin. Und jetzt sauge ich die Dinger hier mal auf. Ach so, hier. Hier sind noch Conveyor Belts. Guck's dir an. Okay, jetzt haben wir hier auch alles fertig. Das läuft sehr gut. Dann bauen wir jetzt hier mal schnell eine neue Stahl Production auf. Und zwar mal in die Richtung. Und zwar mal in die Richtung. Das ist ein bisschen besser. Ähm, eigentlich easy. Du nimmst einen Schmelzer. Und nimmst noch einen. Kann ich jetzt hier einfach mal so rüber machen. Nee, too close. Okay. Kann ich jetzt einen rüber machen. Äh, hier brauchen wir das nicht so schnell. Hier können wir tatsächlich mal die nehmen. So, was brauchen die? Die brauchen halt, ähm, ein normales Eisenerz. Das ist auch bescheuert. Wir drehen die nochmal um. Also Eisenerz hier. Und das denn hier. So, das läuft. So, jetzt können wir das so machen. Was nach da. Und dann haben wir hier sowas nach da. Und dann kann das da raus. Mal sehen, ob ich... Achso, da müssen wir natürlich nochmal Eisen und hier nehmen wir Stahl. So, ich nehme an, ja, jetzt haben wir nicht mehr genug von denen. A lack of item. Ja, machen wir es trotzdem so. Und nehmen dann die schnelleren. Okay. So, und das noch da. Und dann können die hier das hier rein machen. Und ich kann das hier einfach mal so machen. Und eins, zwei, drei. Perfekt. Jetzt pumpt er ordentlich Stahl. Aber hier? Ah, guck. Der ist nicht richtig... So, jetzt geht's ab. Bin mal gespannt, ob das hinhaut. Kann man ja berechnen, ne? Wie viel haben wir hier? Oh. Müsste man auch nochmal... Also hier haben wir 72 die Minute, da auch. Und da 252 die Minute. Natürlich. Und hier brauchen wir 60 die Minute. Ja, das wird schon ein bisschen besser gehen, aber... Auf jeden Fall haben wir die Stahlproduktion verdoppelt. Und dadurch haben wir jetzt hier auch genug Stahl am Start. Dass Titan-Aloy hier wieder ordentlich rauskommt. Juhu! Okay. Cool, cool, cool. Das haben wir gefixt. So, und jetzt brauchen wir eigentlich Particle Broadband und so eine Sachen. Ach ja, wir wollten ja Deuterion mal angucken. Weil, ähm... Ja, mir gefällt das mit der Stromversorgung noch nicht ganz so gut. Ich könnte natürlich auch Solar-Sails und so weiter, aber das ist alles so... So übel. Ah ja, das war das hier. Das läuft hier... Läuft das hier gut? Und die Turpinen ballern raus. Die gehen alle da hinten hin. Und dann ballern die hier ordentlich raus. 20 die Minute. Aber wir machen 2 die Sekunde. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, 2 die Sekunde und die werden dann weggeschickt. Ist die Frage, haben wir Supermagnetic Rings nur für unsere Dingsgen holt? Also nur, also als, sag ich mal, dedizierte Geschichte. Die Dinger laufen ja auch sehr gut, aber ich glaube irgendwann ist halt... Hier könnten wir übrigens, ähm... Warte mal, wo kommt denn hier... Hier kommt noch, äh genau. Hier kommt noch einiges an. Am liebsten würde ich hier das ganze Ding hier, das ganze Schweröl in Sulfur umwandeln. Sulfur, ne? Also Sulfuric Acid. Na, das ist wichtig. Wie sieht es hier so mit der Kohle aus? Nicht so nice, glaube ich, ne? Offensichtlich. Und keine Kohle mehr an. Hm. Und keine Kohle mehr an. Hm. Okay, aber wir wollten ja zur Deuterion Production. Am liebsten habe ich es halt wirklich so, dass ich alle Ressourcen einsammle und dann hier auf einmal wegschiebe, ne? Hier haben wir zumindest die Prozessoren. Was haben wir hier für ein Problem? Die Dinger. Ja, Silizium. Da müssen wir jetzt auch erstmal ran. Silizium müssen wir auch erhöhen, damit wir genug Prozessoren haben. Hier haben wir das. Das hier. Das gefällt mir alles nicht. Mit diesen riesen... Dingern hier. An äh... Wissen riesen Batterien von diesen Mini-Fusion-Dingern. Hm. Okay. Aber erstmal zu den Deuterion Hersteller-Dingern. Jo. Hm. Wo sind sie denn? Ich muss auch erstmal hier reingucken, was ich hier nicht alles drin habe, ne? Äh. Mal kurz mal auf die Map. Wo ist der Kram? Ist auch eigentlich alles recht entspannt. Eterion Fuel Rods. Da sind die Super Magnetic Rings. Prozessoren? Sag mal, wo sind die denn? Okay, scannen wir mal hier von hier. Okay, hier ist das. Das passt. Hier. Oh ja doch. Hier sind sie, ne? Und hier werden die Dinger eigentlich gemacht. Was haben wir hier für ein Problem? Okay, dann müssen wir da hin. Ne, hier nicht, sondern, ach shit, habe ich es jetzt schon wieder da hinten. Man hat das doch gerade gesehen, da. Ne, auch nicht. Manche Tage, ne, da bist du einfach nur blind, du. Es war auf jeden Fall in so einem Nachtgebiet. Das Problem ist, das war, was Nacht ist, ist jetzt Tag. Shit. Ich weiß, ihr habt es hundertprozentig gesehen, ihr wisst doch wo das ist, nur ich bin halt so krass dumm. Also wir haben, wir haben auf jeden Fall eine etwas größere Anlage da, denn wir produzieren ja die Super Magnetic Rings zwei Stück da auch ausschließlich für die Fuel Rods. Okay, auch mal hier so ein Ding, das hier ist der Äquator und dann ist das hier, okay, das ist die Geschichte am Äquator ist die Geschichte, okay, nach links, nach rechts. Ich habe es doch schon gesehen. Da oben ist Graphene, okay. Hier. Ne. Ach, ich fliehe hier einfach jetzt mal so ein bisschen rum. Ich habe, also es ist wirklich ganz schlimm. Ich bin auch super blind irgendwie. Es ist, deswegen bitte auf der Map. Ich brauche, ich brauche so eine Dropper. So, dass man irgendwie die Map beschriften kann. Hier. Da ist das, da ist dies. Ich meine, man sieht es ja im Prinzip eigentlich an den Geräten, was die herstellen. Aber irgendwie brauche ich da noch ein bisschen mehr. So, hier ist das. No Fuel. Ja, immer wieder schön. Okay, hier haben wir die gelbe Science. Hier haben wir Magnetic Rings. So, das ist jetzt hier alles das. Da hinten ist unsere Deuterion Anlage. Da bin ich. Oh, das sieht auch richtig gut aus. Das sieht auch richtig gut aus. Guck dir das mal an. Deuterion, hauen wir da richtig raus. 7000 haben wir schon am Start. Ja, das läuft gut. Also dieses Setup kann ich euch nur empfehlen. Er schiebt hier andauernd durch. So ganz optimal ist es nicht, weil er hier aufteilt. Aber es reicht auf jeden Fall hin. Hier haben wir das. Ich mache noch meinen letzten Versuch. Hier, so. Was ist denn hier? Rot. Irgendein Pol. Wir haben hier so viel noch nicht bebaut, ne? Schon krass. Hier ist die große Super Magnetic Ring Produktion. Und dann müssen wir ja irgendwo noch die kleine haben. Aber die ist ja auch nicht gerade wenig, ne? Das muss ich ja auch noch sehen. So. Das war die große. Ne, was war das hier? Eisen, dies, das. Prisms. Und die gehen hier hoch. Ja, okay. Entschuldige doch, Freunde. Ehrlich. Das ist mir auch sehr unangenehm, dass ich das hier nicht finde. Es ist so wild. Also hier sind auf jeden Fall die Deuterion Sachen. Und gefühlt war es dann doch hier so irgendwo die Ecke, ne? Hier hinten? Ne, hier? Ne. Also Nord, so. Es kann doch nicht sein. Die Hälfte des Planets ist leer und ich finde es trotzdem nicht. Geht es hier mal ganz entspannt hier durch alles rüber. Man muss ja auch mal ein bisschen Dings gucken. Hier ist Nordpol oder Südpol. So, jetzt erstmal hier und jetzt scannen wir hier ab. So, ist hier was? Ne, hier sind die Dings. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich will doch nur diese Deuterion Fuel Road Production finden und hier ist auch nichts. Okay, ein weiter in die Mitte. So, jetzt gehen wir hier mal am Äquator lang. Hier ist nichts. Hier ist Hydrogen Fuel Road. Okay, hier ist gelbe Science. Wenn man hier so guckt, ist hier so alte, ja alter Kram. Blaue Science und sowas. Okay, dann haben wir hier die Mall in groß. Oh, warte mal. Hier ist es. Neben der Mall. Ich bin so dumm. Okay. Entschuldigt, Leute. Jetzt sind wir aber da. Was ich jetzt sicherstellen möchte, ist eigentlich nur, dass wir diese, die entsprechende Production haben. So, hier kann ich eigentlich nichts mehr machen. Das nächste, was wir bauen, ist glaube ich die grüne Science, die wir benötigen. Ne, die lilaner, ne? Das sind ja nur Prozessoren und diese Plasma-Dinger. Na gut. Kann man ja auch nochmal machen. So, hier können wir nichts weiter bauen. Können wir hier noch weiter gehen? Ne. Können wir hier weiter gehen? Ne. Können wir hier weiter gehen? Ne. Okay, lilaner Science ist so next. Ne. Okay. Auf zum Mall. So, jetzt haben wir das Ding hier. Vor allem funktioniert das auch perfekt. 5 die Minute. Wir haben 5. Dann machen wir 1 die Minute. Im Transit ist da nicht so viel. Am liebsten würde ich das gerne nochmal ein bisschen erhöhen. Wenn ich das erhöhe, nochmal 5, ne? Dann brauche ich ja. Oh, das war ja immer so ein Ding. Dann brauche ich, ähm. Nehmen wir mal, wir haben 10. Rechnen wir einfach so. Wenn ich 10 habe, dann mache ich 20 alle 12 Sekunden. Okay. Ich brauche 10 Titan alle 12 Sekunden. Ich brauche 200 Hydrogen alle 12 Sekunden. Äh, Deuterium. Und ich brauche 10, äh, Dings alle 12 Sekunden. 10 von den Supermagnetic Rings. Also offensichtlich jetzt passt das wohl sehr gut. Es wird hier auch super wenig rausgezogen. Ich mache mal ganz kurz ein Dings auf. Ein Calculator. Sekunde. So, Leute. Ich habe mal ganz kurz den Calculator hier hochgefahren. Und gesagt, ich will mal 2 von denen pro Sekunde haben. Das bedeutet, wir brauchen 1 Titanium Alloy pro Sekunde. Wir brauchen 20 Deuterium die Sekunde. Schon heftig. Und 1 Supermagnetic Ring die Sekunde. Das sollte eigentlich soweit passen. Wir gucken mal rein. Ähm, wie viel machen wir denn hier? Wir machen hier 20, 40. Theoretisch müssen wir hier nochmal ein bisschen die Magnetic Rings irgendwie erhöhen. Aber von denen haben wir halt auch eine Menge. Und dann gucken wir mal Deuterium haben wir auch richtig voll. Also theoretisch könnten wir das hier durchaus nochmal nochmal machen. Ich muss aber trotzdem ganz kurz mal zum Mall, die ja hier in der Nähe ist. Und ein bisschen auffüllen. Die Mall, die ja hier in der Nähe ist. Ach da. Okay. Also. Erstes mal hier wieder ein bisschen was weg sortieren. Die Dinger hier auf gar keinen Fall mehr. Die Dinger. Zack. Die Dinger. Zack. Okay. Sieht gut aus. Von dem Dinger können wir mal die 12 dazu packen. Wir brauchen noch gar nicht so viele mitnehmen. So jetzt haben wir hier aber auch eine Menge so scheiße. Das ist halt. Nicht so nice. Das funktioniert hier super. Und das ja auch. Wobei hier sagt er mir Turbinen lacken. Aber das kann ich mir nicht so ganz. Doch ich glaube ich brauche ich nicht doppelt so viele. Ach so ja ja ich brauche ja auch gar nicht. Ich brauche ja nur 1 Sekunde. Und da wir ja hier ja 1 alle 3 Sekunden machen. Machen wir bei. Also brauchen wir das durch 3. Wenn ich 2 mache dann machen wir ja 1 alle anderthalb Sekunden. Ich glaube so viel können wir hier gar nicht lösen. Die Supermagnetic rings. Da brauchen wir echt noch ein bisschen mehr. Hm. Egal. So wir brauchen auf jeden Fall die Dinger hier. Jetzt bin ich mal gespannt wie ich den anderen Rest hier irgendwie loswerden kann. So und das. Und der ganz andere Rest den werde ich hier mal kurz droppen. So weit so gut. Das haben wir auch genug. Okay. So das alles gelöscht. Tipptopp. Und dann will ich mal gucken ob ich das hier einmal so weiter ziehen kann. Müsste gehen. Äh 1 2 3. Lack of item. Ich kotze. Na gut wir brauchen noch die anderen Dinger die hatte ich vergessen. Wo sind sie? Die hier. Okay. Hm. Doiterium. Das schmeckt jetzt hier richtig gut. übel. Ja, aber das wird sich jetzt langsam auch stocken. Die fressen das Zeug hier. Okay, das ist jetzt auf 100. Okay, jetzt ist es oben. Okay, jetzt geht es hier ab mit den Dingern. Deswegen werden wir jetzt noch mal die Mall upgraden, dass wir diese Mini-Fusion Dinger bauen können. Wenn wir das irgendwie hinkriegen. Also, was brauchen wir für die Dinger? Braust Titanium Alloy, Supermagnetic, Carbon Nanotubes und Prozessoren. Also Prozessoren, die Dinger. Titanium Alloy, gar nichts mehr da. Da müssen wir auch ein bisschen mehr machen. Aber okay, siehst du, das ist das Ding. Du kannst jetzt hier nicht expandieren, wenn du noch die ganze anderen Shit hier irgendwie laufen hast. Und vor allem zu wenig laufen hast. Alles klar. Wir machen jetzt mal folgende Sachen. Mir reicht es jetzt. Wir machen jetzt Titanium Alloy im großen Stil. Das müssen wir uns jetzt erstmal einmal fertig machen. Weil das ist lagging. So, zack. Hier. Können wir uns schon mal dran gewöhnen hier. Alles weg. So. So, Bäume gibt es nicht mehr hier. Schluss mit lustig. So, und dann machen wir das hier mit dem Öl. Eigentlich musste ich das mit Öl machen. Wofür brauchen wir denn jetzt noch Schweröl? Ist die Frage. Aber, ne, haben wir jetzt hier. Wird hier rausgeschoben. Schweröl. Was wird denn hier zu Hydrogen gemacht? Und Graphene. Energetic Graphite. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen dieses Ding nicht. Zum einen Hydrogen haben wir ohne Ende. Wirklich ohne Ende. Auf dem Planeten. Oben. Auf dem Gas Giant. Fire, Ice und Hydrogen. So. Und ich bin schon wieder in meinem Kopf wieder ganz woanders. Denn ich bin mir sehr sicher, Ja. Ich gönne, wenn ich mir jetzt hier, wenn ich jetzt in die Mall fliege, was ich jetzt kurz mache und mir nochmal diese Orbital Dinger gönne, dann können wir das nämlich hier. Wie viel haben wir? 10,6. Alles klar. Wo ist hier das Problem? Reinforced Thruster und die brauchen Alloy. Aha. Okay. Wir fliegen jetzt mal zum Gas Giant. By the way, seitdem ich natürlich auch das Hydrogen drin habe, ne, guckt euch das mal an. Die Energie geht halt immer irgendwie schnell hoch wieder. So, ja, moin. Ah ja, unten sieht man es hier unten links, ne, wo man hin muss. Wir haben zwar schon eine Menge drauf, aber... Hallo? Können wir einfach mal bitte auch runter? Danke. Hier. Obo ey, Fire, Ice ist richtig voll. Na gut ey, Fire, Ice ist heftig. Also zum Beispiel, äh, können wir hier entspannt sagen, unsere gesamte Graphene Production können wir über Fire, Ice machen, ne. Ich nehme die jetzt erstmal hier als Bauaufträge, ne. Meine ganzen Drohnen fliegen ja langsam los und danach fliege ich quasi den Weg wieder zurück und kommt denen entgegen. Hydrogen war es halt auch so eine Ressource, die hast du im Prinzip unendlich und willst halt auch, ähm, eigentlich loswerden und nicht produzieren. Mal gucken. Und irgendwann haben wir das Ding halt voll. Dauert aber auf jeden Fall noch eine Zeit. Einmal so eine Quarte vom Gas Giant, das ist schon nicht ohne, ne. Wir sind ja noch nicht mal, wir sehen ja noch nicht mal die nächste, äh, unsere, äh, na, den Anfang wieder. Wir sind noch nicht einmal rum. So, jetzt haben wir hier Lack of Item und jetzt fliegen wir mal langsam zurück. Schön auf Höhe. Aber wenn ich jetzt hier so F gucke, ne, hier. 0 von 8, ne, die sind jetzt alle gerade weg. Wir müssen kurz warten hier. 2 von 8 haben wir wieder, 3 von 8. Und die anderen werden von da hinten irgendwann ankommen. Ja, aber FireEyes geht hier mehr hoch als das. So, 7 von 8 und da kommt die 8. Jetzt fliegen wir einmal lang. Und jetzt fliegt die erste los. Zweite, ihr seht's ja mal, wenn sie hier so rausspringen. Dritte. Und. Okay, dritte. Dann warten wir jetzt kurz. Perfekt. Hier kann man halt auch nix mehr. Kannst ja nur noch storage'n, aber 5, 6. So, die machen wir mal nach vorne. Und dann kommen hier schon mal die Dinger zack und schon haben wir 20 Gigajoule hier drin in den Dingern. Und dann ist das Wahnsinn. Alright. So, FireEyes Hydrogen. Erstmal mehr oder minder safe. So, auf zum Planeten. Auch immer der ist. Schlecht dahinter. So. Okay. Boom. So. 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 Jetzt machen wir hier erstmal genug Sulfuric Acid. Eigentlich würde ich es gerne von einem anderen Planeten holen. Aber. Ist wie es ist. Kann man machen nix. Wie viel haben wir hier? 3,3. Ich überlege, ob ich nicht einfach diese ganzen Dinger hier. Aber abschöpfe und dann dahin baue. Wo wir es halt benötigen. Ne. Abbauen. Zack. Okay. Das geht wohl nicht. Öl. Supply. Jetzt habe ich hier das falsche Ding. Ich kotze. Ist das hier ein Bug oder was? Okay. Anyway. Ähm. So. Ein Öl. Jetzt machen wir erstmal die Ölsachen alle fertig und dann haben wir genug Öl. Genau. Das ist super. Dann können wir das nämlich alles schön verteilen hier auf der Map. Hier haben wir nämlich die Sachen mit dem Ding. Und das Ding braucht halt Schweröl, äh Stein und Wasser. Ja. Und das ist kein Problem. Oh. Ja. Hier haben wir zum Beispiel ein kleines Problem mit dem Graffit. Obwohl, ne haben wir nicht. Wir haben auf jeden Fall genug Graffin. Da steht mal fest genug Kohle am Start. So. Hier haben wir Kohle. Hier haben wir nochmal Crude Oil. Öl. Und dann sammle ich mir das hier alles schön zusammen. Hier haben wir Kohle, da haben wir Eisen. Noch mehr Kohle. Oh hier auch nochmal. Nochmal drei pro Sekunde Öl. Ach guck mal an hier, ne. Da haben wir doch schon was drin. Da können wir doch einfach schon nutzen. Oh shit. Ne. Das nicht. Ne. Einmal hier hoch. Dann das weg, das weg, das und so runter anschauen haben wir es. Einmal Öl im Supply. Was man dann nochmal natürlich machen kann. Also entweder kann man das jetzt so dezentral lassen. Ne. Oder man kann jetzt nochmal so eine Sammelstelle machen. Hier zum Beispiel. Und dann nimmst du jetzt hier so eine super interstellare. Auswählen wir die beiden Öldinger hier rauf. Einmal nach da. Und so. Eins. Zwei. Drei. Und dann das Ding hier. So. Von den Dingern, von den Dingern auch gerne. So und Öl ist hier das Ding. Jetzt können wir hier sagen Local Supply. Remote Supply. Hier können wir sagen Local Storage. Ah ne. Local Supply. Ja ja. Das ist auch ok. Ne. Das ist eigentlich bescheuert. Die kommen weg. Da brauchen wir einfach nur die Local. Da brauchen wir nur die normale. Okay. So jetzt haben wir genug Öl. Oh. Hier haben wir auch nochmal Piste. Und genau so. Deswegen sammeln wir die Dinger jetzt hier einfach mal alles ab. Öl ist aber auch so eine Ressource. Und fertig. Jetzt kommt hier auch nochmal ordentlich Öl rein. Sehr schön. Und gerade ob wir hier nochmal Öl Siebs haben. Hier sieht eigentlich alles gut aus. Perfekt. Okay Freunde. Das ist heute so eine kleine. Ich weiß auch noch nicht was das für so eine Folge ist. Aber auf jeden Fall so ein bisschen den Heimatplaneten an den Start kriegen. Um auf jeden Fall ein bisschen mehr Titan Alloy zu ballern. Titan Alloy ist natürlich später super witzig. Witzig. Wichtig. Witzig ist auch. Aber wichtig vor allen Dingen. Und aktuell müssen wir uns halt die Schwefelsäure irgendwie gönnen. Das wird alles. Das ist alles nicht so einfach. Wir haben ja noch Steine. Perfekt. Was haben wir hier für ein Problem? Steine? Ne. Ist alles da. Das heißt wir machen das hier erstmal. Wir machen das erstmal hier wieder dicht hier. So. Bedeutet wir brauchen jetzt erstmal richtig viel von diesen Wasserpumpen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wir machen so viel wie geht. Sechs. Kann natürlich mal einmal mit den Dingern hier lang gehen. Dann haben wir nämlich eine schöne gerade Sache hier. Ozeanweise. Okay. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich weiß gar nicht ob das genug ist. Ich weiß gar nicht wie viel so ein Ding rausholt. Ich glaube 360 die Minute. Klick. Ich weiß gar nicht. Eine Sekunde. Schlüssel. Die Minute. Angeln. Gleich mal checken. 60 die Minute. Also eine pro Sekunde. Klick. Das ist jetzt auch Klick. Klick. Ok. Dann wir 123456789 10 pro Sekunde. Gut. Und dann können wir hier mal so ein bisschen hoch schieben. Was benötigen wir hier? Hier brauchen wir Stein, Schweröl und Wasser. So, ich verdreifache das mal hier. Bedeutet jetzt haben wir 5 und wir würden gerne 15 haben. Könnte ich glaube ich hier in die Richtung bauen. Okay, machen wir mal. In der Zeit kommt hier mal so ein Ding hin. Achso, das ist. Okay, machen wir das noch da. 1, 2, 3. So, erstmal bauen und danach können wir immer noch erhöhen. Wenn wir nämlich das mal. Wenn wir davon 15. Oh, das sind so. Okay, 6. Machen wir mal 6, 12, 18. Wie wären wir hier? 5. Okay, dann brauchen wir. 6 ist eigentlich gut. Dann lass uns das auf 18 machen. So. Und dann war das so, so, so. Was ist das hier Stein? Stein ist irgendwie nicht so nice. Kommt hier mal so eine Station hin und wir wollen die kommen auf die andere Seite und ich glaube wir haben ja so ein bisschen Stein am Start. Machen wir das mal so. Oder auch nicht. Okay, wir sollen auf jeden Fall ein bisschen Stein abbauen. Oh ne, doch wir haben Stein am Start. Sehr gut. Also Stein ist safe. Wobei ich das hier eigentlich auch gar nicht so machen wollte. Sondern mit einem Splitter Reno. Das ist nämlich wichtig, dass wir sagen können, erst sollen die nämlich aus den Dingern Quellen kommen. Also hier ist Input. Oh. Oh. Jetzt fehlen mir natürlich diese komischen Tesla Türme. Scheiße. Boah, ähm, nö. Aber zum Glück ist das hier kein Problem. Wo sind die Dings? Da. So. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt kommt das hier eiskalt in seine Station rein. Dann brauche ich das nämlich nicht hier einmal komplett über die Balachai ziehen. So. So. Jetzt schiebt er das da rein. Und das hoffentlich. Das kann dann weg. Oh. Dann müssen wir noch ein bisschen upgraden. Stein ist am Start. Okay. Das sieht doch gut aus. Okay. Dann schauen wir mal, was haben wir jetzt hier für ein Problem. Wasser ist jetzt das Problem. Na ja, das dachten wir uns ja schon. Gehen wir hier mal so ein bisschen höher. Und hier wieder runter. Und jetzt sollte das auf jeden Fall ein bisschen besser laufen. So, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen die Schwefelsäure. Was wir nicht gefixt haben, ist tatsächlich so ein bisschen die Geschichte mit dem Schweröl. Aber das ist okay. So, jetzt geht es gleich hier ab. Und los geht's. So, dann schauen wir mal, das war hier der Weg. Mach das jetzt mal so nacheinander weg. Ein sehr langer Weg, wie ich hier sehe. Du hast auch nur so einen gewissen Build Range, ne. Also ein paar Sachen, wenn die außerhalb deiner Reichweite sind, kannst du halt gar nicht. Guck dir das mal an, ey. Wir sind wirklich einmal über die Map gegangen mit dem Ding. Was ist das hier? Ja, okay. Dann brauchen wir hier leider nochmal so ein Ding. Zack, zack. Demand. Und gleich die Jungs wieder rein. Habe ich da noch welche von? Ja. Oh, die holen jetzt hier gut ab. Stahl ist immer noch nicht da, wo wir uns was denken, ne. Dann holen wir uns hier mal Eisenerz ran. Gehen mal hier so ein bisschen in die Höhe. Und machen hier mal wieder so ein Splitter rein, ne. Damit wir dann quasi... Erstmal wieder das Eisen unten abbauen. So, dass man sagt hier irgendwie Prio das. Und hier bitte Demanden. Und dann wird das hier auch ein bisschen schneller gehen, denke ich. Die haben halt hier nichts mehr. 36, 72, es wird ja immer weniger, ne. Und ihr seht, zuerst werden die hier abgebaut. Und dann irgendwann ist nur noch das da und das Ding hier verschwindet im Prinzip. Super gut. So, Titan Alloy haben wir jetzt auf jeden Fall am Start. Aber da fehlt noch einiges. Wie viel braucht das Ding dann eigentlich? Das macht vier alle zwölf Sekunden. Wenn wir das durch vier teilen, brauchen wir ein Stahl alle drei Sekunden. Für ein so ein Ding. Und wie viel machen wir hier? Ein Stahl alle drei Sekunden. Das heißt, im Endeffekt kannst du die Dinger direkt dahinter stellen. Was Stahl anbelangt. Braucht das Ding noch was? Ja, Titan. Vielleicht baue ich das hier denn nochmal. Hatte ich da nicht nochmal. Ich baue da, glaube ich, nochmal eine Sache für auf. Oh, hier haben wir. Oh, jetzt langsam geht es ja auch an mit Deuterion. Was ist das Problem? Oh, Deuterion ist das Problem. Hm. Ja, da brauchen wir dann irgendwann mehr. Okay, gut. Verstanden. Nichtsdestotrotz. Titan alloy. Wieso nutze ich dann eigentlich nicht dieses, was vorhandene. Ich habe eine Idee. Den Stahl, den wir da haben. Erstmal müssen wir das Ding hier upgraden. Ne, das schiebt hier einmal komplett. Jetzt hier rein. Und dann irgendwie über so eine, okay. Aber das läuft. Stahl kommt hier an. Das wird alles gebaut. Sehr, sehr gut. Vor allem werden hier diese EMP Cannons gebaut. Und da kommen wir später auch noch zu. Wir haben ja auch die Fractionator ordentlich. Wir haben sogar die. Ach ne, Oil Refineries. Okay, die Dinger haben wir nicht. Das sind diese. Ne, das sind Oil Extraktoren. Oh. Eigentlich alles safe. Gibt noch irgendwie diese Miniature Particle Collider. Aber die kommen später. Wo ist denn das hier das Problem? Mit dem Titan Alloy. Ja. Es liegt jetzt alles an dem, oder Titanium Alloy. Das werden wir jetzt erstmal noch ein wenig aufblasen. Wenn ich es finde. Hier zum Beispiel sehr viel Stone Reserves. To Bean Demand. To Bean Supply. Okay. Und hier haben wir dann die Dinger. Okay. Mal was. Das ist eigentlich alles okay. Wo ist das Titanium Alloy? Das hatte ich doch hier irgendwo. Wo, wo, wo. Da nicht. Hier haben wir jetzt auch wieder ein Problem. Was ist das Problem? Schweröl. Es war doch klar. Es war einfach klar. Lass uns mal kurz berechnen. Einfach nur. Wir haben jetzt 12 von den Dinger. Das heißt, wie viel brauchen wir hier? 12 von den Dingern. Das heißt, wir brauchen 12 mal 6. 60. Wir brauchen 72 alle 6 Sekunden. Also das kann man eigentlich auch durch 6 teilen. Also wir brauchen 1 Schweröl pro Sekunde. Damit das irgendwie läuft. 1 Schweröl pro Sekunde. Und wir haben 12. Also wir brauchen 12 Schweröl pro Sekunde. Und wie viel machen wir? Wir machen 2 alle 4. Also 1 Schweröl alle 2 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schweröl alle 2 Sekunden. Wir machen 4 pro Sekunde. Wir brauchen 12. Wir brauchen das dreifache. Alright. Alright. Das lösen wir hier noch. Weil sonst bricht das alles zusammen. Wir müssen das. Wir können das. Das war eigentlich klar, dass das passiert. Ich bin auch doof. Ich hätte das wissen müssen. Muss wir jetzt erstmal hier wieder gönnen. Wo ist denn hier das Problem? Ich glaube, hier liegt es bei Stahl. Kommt hier überhaupt noch ein bisschen Stahl ran? Nee. Die Dinger hier sind 29.000. Null. 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 Right. Und da. Ich teile hinten. Jetzt bis hin zu Caunes Robinson. Wir machen das hier schnell fertig. Oh das Öl könnte ich ja mal so und dann hier mal ein bisschen Hier picken Und hier bitte Stahl. Gutes wir haben jetzt halt den Vorteil. Hier noch irgendwas was ich hier irgendwie nehmen kann. Iron ingots, die müssten eigentlich hier so rein. Okay. So hier haben wir das. Das kommt weg. Was wir hier natürlich hinpacken. Hier einfach. Und das ist der Vorteil. Wenn du halt so Eisenerz. Am Start hast. Das wird nichts. Gut. Nein das sieht einfach nur scheiße aus. So jetzt haben wir nochmal ordentlich. Okay. Und das haben wir auch. Jetzt können wir die Dinger nach da packen. Und einfach nach da ziehen. Und schon haben wir ordentlich wieder Stahl. Und hier den Filter schnell setzen. So. Erstmal habe ich dafür nicht so viel geschafft. Viel rumgedallert. Links auf die Beine gestellt. So wir bauen jetzt erstmal kurz Schwefel. Das haben wir ja gesagt. Wo haben wir das? Oder wo stellen wir das alles her? Ja es war hier irgendwo ne. Wir haben auch sehr viel Graphene. Und auch sehr viel Öl. Alles da. Und jetzt haben wir hier die Schwefelproduktion. Die im Prinzip steht. Okay. Ähm. So machen wir das mal so nach da. Das nach da. Oh hier zum Beispiel. Hier haben wir nochmal Öl. Demand. Äh. dann kommt hier noch mal so ein kling ins kirchen hin da ist prio hier kommt öl raus haben wir das dann können wir nochmal schön upgraden und jetzt kann man das natürlich alles wieder per hand machen sozusagen aber wir machen hier einfach blueprints weil ich habe überhaupt gar keinen bock irgendwie das hier nochmal plan zu machen news now titan smelting ich mache es nochmal mit dem öl was ist das jetzt ja ne so dann packen wir das hier auch nochmal hin too close so 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 okay so zumindest funktioniert das alles ah ja okay man kann es auch recht schnell mit steuerung c steuerung v machen das empfehle ich euch natürlich so das hier eigentlich, ach öl okay das wäre wieder so ein ding jetzt hoffe ich mal geht das alles ein bisschen schneller, laidogen kommt auch gut raus und jetzt guck mal ins inventar, sehr viel öl versuche mal mein öl da raus zu lassen was ist denn hier los lack of material ah shit okay jetzt wirds ja das ist das immer schön die ich weiß ist ein bisschen mehr energie aber immer schön die größten materials nehmen dann hast du ja auch nicht das problem okay okay jetzt gehts aber rundbar okay jetzt scheint es ein bisschen besser zu funktionieren das ganze öl ist weg beziehungsweise wir haben noch ein bisschen was da aber ist egal okay die 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 das ist scheiße Das Ding muss weg und erst dann kann ich das gut kopieren. Kann ich das nicht doppelt rüberpasten oder so? Naja, ich muss tatsächlich irgendwie, ne. Geht nicht. Ah, das haben sie bei Factorio, da kannst du das halt irgendwie mit reinpacken. Das ist eine coole Sache. Probier ich nochmal ein letztes Mal, so. Ne. Okay, kommen wir einen weiter runter. Oha. Collide with another object. Ja. Oh Gott. Jetzt nochmal. Womit collide ich denn? Oh, so geht's. Hm. Aber jetzt auch nicht unbedingt sehr vorteilhaft. Okay. Da kommt ja jetzt gerade einiges raus. Aber hier hat es sich jetzt auf jeden Fall beruhigt und die Jungs sind hier schön am ballern. Sehr, sehr schön. Okay. Gut Freunde. Es tut mir leid, dass heute nicht so viel, ich habe so viel vorgehabt, aber wir müssen erstmal hier so eine Sachen fixen. Also herzlichen Dank fürs Einschalten und seht es mir bitte nach. Manche hast für so Episoden, da ist halt nicht so viel Action drin. Aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Also schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Dyson für Programm. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Aber jetzt okay.